Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Clash. Ich bin der Guzua, erzähle ich euch aber nicht. So, und zwar, zweit Account, ach ja, ihr wisst selber, da passiert jetzt nicht viel Mauern halt und fertig aus. Ich bin so ein bisschen am Drachen ausbilden, natürlich, und das war's dann auch. Also wie gesagt, da ist nicht wirklich viel los, das soll uns auch nicht interessieren, aber ich zeige euch gleich was, da springt euch der Hut vom Kopf, auch wenn ihr einen Kopfstand macht. Egal, dann ebenso. So, jetzt gucken wir mal, hier, da machen wir einen Drago, da machen wir einen Drago, da machen wir noch einen Drago, und das war's auch schon, weil dann haben wir keinen Alex mehr. Jetzt wechsel ich den Account und es kommt noch mein Intro. So, da bin ich auch schon wieder. Es lädt, deren Ladebalken sieht so geil aus, beziehungsweise das Ladebildchen sieht so geil aus. Queen schläft wieder, das weiß ich nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt. Ich glaube nicht, weil ich konnte mir die 130K DLX ganz easy mit der Queen im Queenwalk ziehen. So, jetzt zeige ich euch was. Ihr seht hier was, da ist eine rote Eins. Und es ist einfach total krank. Ganz ehrlich, guckt euch bitte die Base an, das ist nix. Also, nix eigentlich. Ich hatte ja gesagt, oh, ich wurde mit dem anderen Base-Design richtig ordentlich niedergerotzt immer. Fand ich natürlich eher suboptimal. Und ich hab das ja nur ein bisschen umgestellt. Also, ich hatte ja zuvor Townhold draußen. Das geht ja, ganz ehrlich, geht ja wirklich nicht mehr so richtig toll mit dem Farm. Obwohl ich, ich zeige es euch auch gleich nochmal. Ich hab eine Farm Base gesehen, wo ich sagen würde, das ist eine gute Farm Base, so im Sinne von früher. Aber wie ihr halt eben auch alle geschrieben habt, was auch vollkommen richtig ist. Es ist halt einfach so, dass das Lager halt eine gewisse Lagerkapazität hat. Und das ist dann halt einfach mal ein bisschen scheiße. Müssen wir mal drüber nachdenken. Wenn ich halt dunkles Farmen will und mir da halt wirklich ein bisschen was geklaut werden kann. Und nicht nur ein bisschen was, sondern ein bisschen mehr. Dann ist das halt nicht so toll. Ganz klare Geschichte. Deswegen bringt es nichts. Und ich hab ja dann trotzdem kein Schild, wenn ich nur das Townhold draußen habe. Ganz klare Nummer. So, ja genau, Road to Titan. Ja genau, richtig. Wird auf jeden Fall sein. Nein, folgende Sache. Echt. Ich bin nicht am Poki jagen. Und das ist jetzt kein Scheiß. Das ist echt kein Scheiß. Ihr werdet es jetzt sehen. Jetzt zeige ich es euch. Wir gucken nicht in den Verteidigungslog. Ihr dürft nicht da reingucken. Nein, 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 nein. Guckt euch das mal an, wirklich. Ich gehe halt wirklich einfach, wenn ich Dunkles bekomme, freue ich mich einen riesigen Sack ab. Und das, also hier, das sind ja noch die Queen Walks. Aber hier zum Beispiel echt, Barge in Verbindung mit dem King läuft echt richtig gut momentan. Ich gehe mal auf die Wiederholung. Genau. Das war so ein Ding, genau, wo ich von hier gekommen bin. Richtig edel. Und da muss ich aber auch wirklich dazu sagen, echt. Das ist halt, da muss ich echt überlegen, ob ich dann wirklich mir eine Elgato kaufe. Weil ich dann halt wirklich, wenn ich jetzt Barschen würde, weiterhin und Real-Angriffe, Live-Angriffe machen möchte, komme ich bei Barsch und bei bestimmten Strategien halt echt mit BlueStacks nicht hinterher. Muss ich wirklich sagen. Da sind die Truppen halt wirklich auf dem iPad oder auf dem iPhone zumindest schneller gesetzt. Und das ist dann doch ein riesiger Unterschied. Ganz klare Kiste. Muss ich echt überlegen, ob ich da dann drauf spare oder wie auch immer. Weil wie gesagt, für Sponsoring wird es da garantiert noch nichts, dass mir das ein Händler sponsert, glaube ich noch nicht. So, aber guckt mal, King richtig schön reingegangen. Der hat richtig schön sich in die Truppen integriert und dann easy peasy wirklich schön Townhold down gemacht. Und dann war es das. Ich habe mir schön das Dunkle gezogen. Ich meine 2,5k. Richtig geiles Teil auf jeden Fall. Und dann habe ich sogar noch einen richtig schönen Bonus kassiert, weil ich halt immerhin 36% gemacht habe. Meiner Meinung nach ist es echt so, das sollten Sie beim nächsten Update oder beim kleineren nächsten Update mal wirklich überlegen, dass man wirklich den Liga-Bonus noch mit dazu sieht. Weil, wisst ihr selber, früher konnte man sagen, ja okay, das und das gab es extra. Klar könnte man jetzt rechnen, 36% und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wie seht ihr das? Das wäre doch echt mal eine Update-Idee. Juhu, jetzt haue ich gleich ein Video raus. Update-Ideen. Bam. Nein, mache ich nicht. Kriegt ihr einfach so direkt. Apropos hier Bam ins Gesicht. Ich bin halt echt am überlegen. Ich bin halt echt am überlegen, weil die Frage ja, beziehungsweise die Aussage jetzt von einem Abonnenten kam, oh komm, mach doch mal ein Hoodie mit Bam ins Gesicht, ich hätte den so gerne. Ja, das könnte sogar sein, dass den dann irgendwie zwei oder drei Leute kaufen würden und ich dann wieder richtig, richtig Geld machen würde, richtig Kasse machen würde. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall machen, nee, ich überlege halt, ob man das eventuell euch noch ein bisschen günstiger und noch ein bisschen einfacher zukommen lässt, wenn ihr nämlich sagt, okay, der und der Spruch, den finden wir mega geil, den hätten wir gerne, dann würde ich echt überlegen, nicht Aufnäher, sondern wirklich so eine Patch-Dinger zu machen, die man aufbügeln kann, in einer ordentlichen Qualität, also nicht so ein Scheiß, sondern wirklich gutes Zeug, dass ihr euch hinsetzen könnt und sozusagen könnt, ey Mama, bügel mir mal ein. Bam. Ja, genau. Und die denken natürlich dann auch, hä, wie Bam ins Gesicht? Hä, was ist denn der Scheiß? Aber egal, wenn es mein Sohn oder meine tighte Tochter haben möchte, sollten natürlich mit Bam ins Gesicht rumlaufen, weil nämlich, wenn ihr jetzt irgendwie ein super Pullover habt oder sowas, der euch megamäßig gefällt, weil, was weiß ich, ihr habt den von eurem, was weiß ich, Kumpel geerbt oder wie auch immer wisst ihr selber, dann könnt ihr den natürlich damit verzieren. Von daher denke ich, das ist irgendwo ein bisschen besser und die, denke ich mal, sollten auch preislich im Niveau sein, dass man irgendwie so ein Batch für irgendwie zwei Euro oder sowas machen kann. Ich werfe jetzt mal einfach so eine Vorstellung raus. Das ist, denke ich mal, dann annehmbar. Aber wie gesagt, auch wieder ohne hier, wer weiß wie, davon profitieren zu wollen. So, jetzt habe ich euch den Attack gezeigt. Der war okay. Und jetzt, ihr dürft euch gerne dieses Base-Layout, gerne kopieren, kein Thema. Probiert es bitte selber, vielleicht läuft es bei euch auch so sweet. Zieht es euch bitte rein. Das ist keine Troll-Base. Hier? Oh ja, hat er wieder mal richtig. Ihr seht ja selber, wie er ordentlich abgesahnt hat da oben. Gar nichts. Erster, der gespendet hat. Zweiter. Dritter. Vierter. Fünfter. Sechster. Siebter. Achter. Neunter. Zehnter. Elfter. Zwölfter. What the fuck, Alter? Was ist das bitte? Ganz ehrlich. Guckt mal, wie viele Pokis ich hier geschenkt bekomme, bis überhaupt was passiert. In Folge. In Folge sind es zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht mal fucking mal in Folge habe ich Pokale geschenkt bekommen. Ohne das Dunkle oder sowas rauszustellen. Okay, hier, jetzt necken sie mir irgendwie was. Nein, gar nichts. Und hier da drunter sieht es genauso aus. Es ist jetzt nicht so hier und da hatte ich ja dann die Base umgestellt. Weil hier, hier, ihr seht es selber, hier lief gar nicht. Ja, hier, da wurden auch schon einige geschenkt, aber so zuvor lief es gar nicht. Also wirklich war nicht ordentlich. Und das ist echt enorm. Also das finde ich so krank. So echt extremst krank. Und ich habe nichts dafür gemacht. Also wirklich gar nichts. Und auch, muss ich auch dazu sagen, auch noch als ich viel Dunkles hatte, haben sie mir auch schon Pokale geschenkt. Also wo ich echt sage, wieso? Ich meine, sonst muss man wirklich übelst battlen. Oh, hoffentlich. Ich komme auf Meister 2 und ich will da eigentlich gar nicht hin. Mir ist das eigentlich total Brot. Und, also total kurios. Total kurios. Wie gesagt, das wollte ich euch sagen. Baut die Base nach, probiert das selber. Ich bin echt total geplättet, warum, wie, wie das geht. Und das ist echt übel. Achso, nebenbei, ich wollte euch das unbedingt zeigen. So, jetzt haben wir hier meinen kleinen iPhone-Bildschirm. Ja, ich weiß, ihr seht jetzt nicht alles. Aber ich denke, das sollte so halbwegs passen, um euch das Wichtigste zu zeigen. So, wenn ihr batschen wollt, das habe ich nämlich schön auf Instagram gesehen, dann könnt ihr folgendes machen. Ihr wählt die Kaserne an und drückt gleichzeitig auf Barbaren und Bogen. So, schneller geht es definitiv nicht. Zack, beides zeitgleich gedrückt. Also nochmal so ein kleiner Lifehack im Bereich COC. Ich hoffe, für die, die es halt noch nicht wussten, denen konnte ich damit helfen, weil das ist ja doch schon um einiges schneller, wenn man das dann zeitgleich nutzen kann. Jetzt zoomen wir mal hier schön rein. Die Qualität schockt natürlich auch. Gar nicht so verkehrt. Also wie gesagt, für eine Notsache würde ich auf jeden Fall auch über einen Air-Server das machen können. Aber bei größeren Sachen, bei besseren Sachen kackt er mir dann weg. Das möchte ich nicht so. So, das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020